So Jungs, vollständige Gruppe. Lage ganz okay. Capri Sonne. Lage Tobi. So Leute, gerade Stopped bei Burger King. Fresh Jungs. Stark Jungs. Oh, where is blood driving? Crazy. Jungs, Hotel in Barcelona. Für eine Nacht. Danach Loret. Crazy. Ich schwöre. So Leute, jetzt eine Nacht in Barcelona. Ihr werdet nicht zu viel von Barcelona sehen, weil unser Main-Oil-Lobby ist ja Loretma. Und ja, ich zeige euch trotzdem ein paar Highlights von Barcelona und ja, das sind wir jetzt. Shisha-Bar in Barcelona. Shisha-Bar. Kilby, Statement. Barcelona, wie ist es? So Jungs jetzt essen. Ich schwöre Jungs sieht echt crazy aus. Wir sind gerade in Steakhouse in Barcelona. Ich schwöre Jungs. Ehrlich. Crazy. Sieht geil aus. Let's go. So Jungs, das ist mal unser Haus. Ich mache euch mal eine kurze Roomtour. Also das ist mal unser Haus. Es muss jetzt noch fertig geputzt werden. Hier ist unser Garten. Und ja ehrlich, crazy. Backflip. So Leute, kurze Roomtour. Das ist unser Zimmer von mir und Maxi. Relativ fresh. Balkon. Sicht zum Pool. Garten. Aussicht. Crazy. Von Juli und Feldi. Klo und Bad auf Cilic. Nächstes Zimmer. Eigentlich so das schlimmste Zimmer von allen, aber geht auch fit. Dann Jungs, der Raum. Ich schwöre. Sieht auch wieder nicht so groß aus, aber ehrlich crazy. Küche. Kühlschrank schon full, aber erst mit Wasser und so nicht so viel Alk essen und so. Weil wir werden grillen auch. Auf Cilic. Da war ich noch gar nicht draußen. Ja auch so ne. Einfach keine Ahnung. Chill area. Und dann nach unten. Tischtennisplatte. Tobi. Oh mein Gott, das tut er nicht. Stark. Neuer Gast. Schüdi. Heute Hakel. No, no. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ok, dann Gute. Ey, ey, ey! So, Jungs, erste Nacht in Loret vorbei. Loret is full, Jungs und Mädels, aber ehrlich, geiler Vibe. Wir waren in Sandtrop oder Feldi. Stabil, Bro. Auf jeden Fall, wir sehen uns morgen, Mädels. Es ist 3 Uhr oder so. Wer ist denn jetzt Pizza? Auf jeden Fall. Ja, das ist so schön. Eich! Wolfgang Fisch zu US! Eich! Eich! Wolfgang Fisch! Das ist wichtig! Ichoss. Obtäck! Mit podemos? Ich suche ein Gefühl! Jungs, immer zuerst mit oben gestanden, erst ab und ab und weg. Jungs, immer zuerst mit oben gestanden, erst ab und weg. Black Beast, guckst mir vor, in den Kopf mit Black, voll was die Nacht von Gas mit Black. Warte mal, warte mal. Oh mein Gott. Feli, bitte. Du musst echt gedacht, ich spiel. Du, dir nichts aus soll. Ist das an? Also fang blitz. Ah, bitte, Alter, ist da jetzt noch. Das ist jetzt echt. Na, was ist das? Auf Vlog, ey, ey, ey! Bluelin! Ey, ey, ey! Alles gut, dann? Sag was für den Vlog. Leute, folgt alles hin. Na, Eli, ich... Follg, du wolltest? Ich bin auch schon verheiratet! Und mit mir? Ja? Ok, dann passt es zum Gehen zu lassen. Why you always be? Like a balotelli! Why don't you see? Wie geht so was? Ich werde das machen. Ja Leute, was geht ab? Wir sind hier am Flughafen mit Julian Teumann. Ja, jetzt ist er wieder. Er macht es wieder cool.